SINGEN 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 Was war denn da los? Und es war komplett geil. Es hat richtig Spaß gemacht. Das war sogar die AX50, bevor sie diesen Hitscan hatte. Schon ein bisschen älter, das Gameplay, wie gesagt. Nicht, dass ihr euch da wundert. Und ich dachte mir einfach, die Solo-Runde war so nice. Ich will die mal ankert hochladen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Wäre nice, wenn wir hier 300 Likes hitten könnten. Und wenn ihr euch hier auf dem Kanal verirrt habt und das erste Mal ein Video von mir schaut, würde mich freuen, wenn ihr ein kostenloses Abo da lassen würdet. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao. Aber macht's schnell, ne? Ich weiß nicht. Also ich hab's jetzt auch in die Instagram-Story gepostet. Level Up sieht meine Instagram-Stories. Ich bin gespannt, wann die wieder runtersetzen. Hi, Mann, wir Profis. Moin, Einfach-Patti, wie geht's dir? Ey, die letzte Stunde. Ey, ich glaube wirklich. Also eigentlich liegt's auf der Hand, aber... Der 24 ist mir aber echt... Also ich denke mal, das hat man auch gesehen. Die letzten paar Stunden war ich echt ziemlich im Arsch. Ich hab auch eine relativ einfache Erklärung dazu. Und zwar... Ich hab Alkohol getrunken. Das war jetzt einmal okay, aber das war wirklich das Trimmste, was man machen kann eigentlich. Also das mach ich auch nicht mehr. Man kann sich das ja eigentlich denken. Ich hab' einen Farbkurs, mein Bester. Wie geht's dir? Ey, Chat, out of ten. Out of ten. Jetzt alle, die gerade im Chat sind. Wie geil war das AMD-Event. Das RISE-Event. Hallo, Mopsi. Ich will eigentlich noch ein Best-Off da rausschneiden für den Hauptkanal, weil das war... Also ich glaub' als Community-Event war das wirklich eine Premiere in Deutschland. Also ich glaub' wirklich, es gab noch nie... Es gab noch nie war so ein technisch ein besseres Event. Und den SCUF-Controller haben Leute getroffen, die schon länger dabei sind. Vor allem Mr. Schuld, den kannte ich auch vom Namen her aus dem Chat. Und über die Zahlen, die Zuschauerzahlen, das war so krank. Auch wie wir den Malle-Hit gesungen haben und so. Das war schon überragend. Und du hast ein Mausfeld, super, nice. Super. Katze und Basti, danke für eure Follows. Schön, dass ihr da seid. Ja, ich hab' äh, hab' ich gesehen, Wuppertal hat verloren. WSV soll wohl richtig scheiße gespielt haben, hab' ich im... Hab' ich, äh, in den Kommentaren gelesen. Feindliche Drohne ist aktiv. Ja, man kann sich aussuchen, welchen SCUF man sich zusammenstellt, quasi. Ja, Gali-Grü, ja, ich hab' das Gali-Grü-Emote rausgenommen für den Fünfer-Emote. Es gibt ja jetzt Fünfer und Instant Karma-Emote. Ich fand, Gali-Grü wurde, Gali-Grü wurde irgendwie am wenigsten benutzt. Muras hab' mich eingeladen. Ich werd' aber nochmal... Ich werd' das Spiel noch kurz zu Ende spielen. Könnte kurz Muras sagen, dass ich das Game kurz zu Ende zocke? Und ein Elfmeter verschlossen. Oh Mann, Alter. So, das war die erste Helmbombe. AX-Motherfucking-50, Chad. Bin sehr gespannt. Was findet ihr denn besser? AX-50 für der ZRG. Da ist aber ein Fünfer jetzt mit dem Gali-Grü-Emote. Findet ihr Gali-Grü so geil? Ich mein, ich hab' den Emote noch natürlich, ne? So ist es ja nicht. Wenn sich jetzt alle beschweren, dann kann ich den doch nochmal wieder einfügen. Habt ein Code benutzt? Prost, mein Besser. 30% bei Level Up, Chad. Obwohl eigentlich der Code schon wieder zurückgesetzt werden sollte. Aber nimmt man mit. Würde ich mal behaupten, oder? AX, AX, AX. Weil viele Momente ja die ZRG spielen, ne? Gali-Grü ist ein Event. Ja, wir haben halt auch V-Gates, ne? Also ich glaub, eins von beiden muss weichen. Entweder V-Gates oder Gali-Grü. Hab direkt auch noch bestellt. Danke für den Hinweis. Kuss. Ist ja eine Win-Win-Situation, ne? Tun wir nicht so, als ob mir das jetzt nichts bringen würde, wenn ihr mal meinen Code bestellt. Aber, ja. Ich mein, 30% ist schon, ist schon eine Menge, so, ne? Das kann man ruhig mal machen. Stimmt's. Den Acht-Nemo, den benutzt wirklich keiner. Ja, schreib mir das gleich nochmal, ich merk mir das. Das Gas breitet sich aus. Neue Sicherheitszone wird markiert. Jetzt kickt der Aim-Bot. Könnt ihr einen Clip machen? Ich glaub, das ist der erste Nervenzusammenbruch, oder? Weil der Shot ist doch wirklich recht ansinnig gewesen, würde ich mal behaupten. Moin, KingKavinio, was geht? Na, 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 na. Ja, der Emote kann raus. Stimmt. Weiß ich nicht. Mit den Hacks, mein Bester. Weiß ich nicht. Auf welcher Grundlage sagt ihr das jetzt auch mit den Hacks? Er hat mich in der Luft angeschossen. Ist ja kompletter Quark gewesen jetzt. Die Drohne beginnt Überflug. Die Drohne beginnt Überflug. Beide landen im Einsatzgebiet. Feindliche Drohne ist aktiv. Ist so erschrocken? Die Drohne beginnt überflug. Breastartverwerke. Und der belly ist häufig. Und die Drohne beginnt überflug. Ich glaube, das wird euchBoy. Das war's. Das ist natürlich scheiße, ne? Wenn man snipet, muss man halt eifrig spielen und hat da nicht mehr Kampf gestillt. Und das ist halt wirklich Schmutz, ey. Hm. Ich weiß noch nicht ganz, Chat. Ich weiß noch nicht ganz, ob ich eifrig spiele. Auf der Ohne kann man halt flink spielen und dann kannst du deine Waffe eh schneller wechseln. Ja, diese Schnapsstoßgranaten spielt halt wirklich jeder aktuell, ne? Feindliche Drohne ist aktiv. Und was sagt ihr? Ich weiß es nicht. Singen einfach. Wen soll ich finishen? Ähm, Street Air. Danke für den. Resub im vierten Monat, mein allergeilster, bester Liebster. Kuss geht raus. Dankeschön. Das war so schlecht, oh mein Gott. Äh, hallo? Ganz viel Liebe für den Resub im vierten Monat. Dankeschön. Kuss geht raus. Und Onkelstance, Bohrmaschine. Danke für die Follows. Schick die Aufdehrerung. Drohne beginnt Überflug. Markiere diese Position. Nein. Ich seh ihn einfach nicht. Den war ich schon zu tief, um zu schießen, leider. Ja, ja, ähm, mittlerweile hat Activision Bots eingefügt, weil die Lobbys nicht mehr voll werden. Oh. Moin, Bier-Tester. Mein allergeilster. Moin, Albi. Boah, wenn das ein Bounty wäre, wäre Big. Naja. So, ihr seid knapp. Rück zum Zielgebiet vor. So, ihr seid sechs. Äh, eins in Chat. Prime ist in einer Stunde ready. Alles über ein Messer. Ich grüß doch dein Herz. Was sagt ihr denn, Chat? Kampf gestillt oder eifrig? Was soll ich spielen? Was denkt ihr ist sinnvoller? Also, wie gesagt, ne, auf der Own spielt man halt flink und damit... Oh, was ist denn hier? Hier hat einer Dings hingestellt. Warum? Oh. Oh nein, der arme, Digga, der ist am Ende seines 24-Stunden-Streams wird shadowbanned und jetzt... Oh Mann. Oh Mann. Ja, ja, Safe-Beat-Tester. Ist halt wirklich so, ne? Es ist halt wirklich so. Also der Schiedsrichter war schon sehr sportlich. Das war ein Witz mit dem Bots. Drohnen Treibstoff aufgebraucht. Rückkehr zum Auftanken. Drohnen Treibstoff aufgebraucht. Drohnen beginnt Überflug. Max, wie geht's dir? Danke für den Re-Star im 8. Monat, mein allergierig. Ich küsse doch dein Herz. Dankeschön. Prost. Drohnen Treibstoff aufgebraucht. Rückkehr zum Auftanken. Lass noch ein bisschen Liebe da, Chat. Kopfkältziel bestätigt. Beeilen wir uns. Guten Morgen, Mareike. Wie geht's dir? Guten Morgen. Oh, oh, oh mein Gott. Jetzt hab ich voll erschrocken irgendwie. Warum? No. Wie geht's dir? Ab zur neuen Sicherheitszone. Gas fährt sich. Überhältst eine Ausrüstungslieferung. Mann. Bei ihm habe ich keine coolen Shots mehr. Bei ihm, Gabi. Die Schmerz ist auf der Kasse. Oh! Oh! Präzisionsluftschlag! Aufpassen! Das Kopfgeldziel ist ausgeschaltet! Wundervoll! Das war ein Sweaty Fight mit ihm. Habe ich auch nicht so gut gespielt, muss ich sagen. Auch mal selbstkritisch machen. Naja. So eine Bombe gibt der Mann mir. Aua! Schöndlicher Clusterschlag! Passt auf eure Köpfe auf! Ab zur neuen Sicherheitszone! Gas fertig! Jaja. Du hast halt in Solos halt oft in Anführungsstrichen etwas schlechteres Spieler. Noch fünf! Wie Rywax zum Beispiel. Spaß! Spaß! Was halt ein Nachteil ist, du kannst nicht so schnell von der AX50 auf die Own gehen, ne? In nem Gunfight, wenn du ohne Eifel spielst. Ich muss ja schauen, wie sehr mich das abfuckt in den nächsten Runden. Moin Baletto! Also... Bisschen erschrocken. Wo schießt denn der Kollege hin? Mach Flink anstatt Akrobat, gibt ja auch Moonspeed und Waffenwechsel Tempo. Es geht aber eher um den Wechsel von der AX50 auf die Own, weißt du? Ab zur neuen Sicherheitszone! Gas nähert sich! Man hat nur den Kopf gesehen, einfach. Wieder nur den Kopf gesehen, alles gut. Mach mit Kopf kratzen. Genere spiderweiten. Geht mir das wieder… Cornource Chelmsorgon! lass es gehen. Bye! No enroll in eine Kaffee mit einwashers. Und dann musst du die F bitch wissen! Das war's. Tschüss.